Hallo liebe Marketer, ich bin's wieder, Tanja Grünwald. Auch in diesem Herbst gibt es wieder die ultimative virtuelle Fachkonferenz für alle, die im Marketing arbeiten und die täglich Marketingentscheidungen zu treffen haben. Von 23. bis 27. November wird Ihnen ein Licht aufgehen. Und zwar bei der Online-Fokus-Konferenz Marketing. An fünf Vormittagen erwarten Sie ca. 25 Vorträge mit Tipps, Tricks und Best Practices im Marketing. Genau genommen zu diesen Schwerpunkten. Trends und Strategie, digitales Marketing, Content Management, Content Marketing und E-Commerce. Die Online-Fokus-Konferenz Marketing findet live statt. Sie ist ausschließlich online zu besuchen und sie ist für Sie völlig kostenlos. Sie können jederzeit Fragen an die Referenten stellen und mit diesen direkt interagieren. Auch können Sie sich später noch die Aufzeichnungen On Demand ansehen. Und wir laden Sie ein, Teil der Community zu werden, wo Sie sich auch nach der Konferenz noch mit anderen Teilnehmern und den Referenten austauschen können. Jetzt anmelden unter dem Bitly-Link OFK Marketing. Ich habe wieder das Vergnügen, die Online-Fokus-Konferenz Marketing zu moderieren und freue mich schon sehr darauf, Sie alle dort live zu treffen. Bis bald!